Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Part von Super Meat Boy. Heute mit deiner Begleitung... BOSSTÜM! Auch aus... The Allrounder Player. Ja, Mann. Und heute ist einfach mit dabei, guckt mir auch zu. Und wir reden einfach ein bisschen dummes Zeug. Wie du failst. Richtig, so. Im letzten Part waren wir beim Boss und ich hab einfach gnadenlos gefailt. Und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal an. Ich bringe dir Glück. Da kommt der... Boss. Doktor... Fetisch. What the fuck? Er sieht die Flammen. Ganz böse. Hust, Hust. Los geht's. Ab ins... Abenteuer. Und schon geht das Action-Reich los. Okay, im Moment läuft's noch gut. Noch gut läuft's... Oh! Oh! Na! Schade. Gellig angefangen. Schon mal sehr weit gekommen. Okay, das ist das Level lang. Ja. Ey. Ihr müsst wissen, ich spiele gar kein Super Meat Boy, also... Oh! Ich bin ein absoluter Kackbohnen in diesem Spiel bestimmt. Oh, nein! Nein, der Rohrmann. Da ist schon fast das Ende, wo ich war. Ja, okay. Oh, Junge. Drei Jahre später. Ach, scheiße, warte. Ich hab gar nicht meinen Timer gestartet. Ich idiota. Fuck, ich auch nicht, aber warte. Ich mach... Ich mach eben deinen an. Wozu? Ich hab meinen jetzt auch an. Ja, wofür? Epa! Ja, ich glaub, nur eine Minute hast du gerade mal aufgenommen. Och, warte. Erstmal hier Licht im Zimmer an. Scheiße! So, wenn's mir zu lange dauert, dann überspring ich den Boss und mach den ein anderes Mal, wenn ich schon mehr Skill habe. Aber ich fang... Lass ihn einspielen. Richtig. Ach, Junge! Schade. Soviel zum Thema Rage Crit for the Win. Und alle überhaupt, Meat Boy ist so einfach. Kann ich nur zustimmen. Ah, sicher. Nimmt er mich noch mit? Was könnte man denn vielleicht so Wichtiges sagen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dass wir keine Brüder sind. Ja. Weil viele denken... Könnten sich ja denken, ja, sind Brüder oder Zwillinge. Keine Ahnung. Nö. Nein, das sind wir nicht. Ja. Wie gesagt. So, jetzt noch der letzte Versuch hier. Oh, oh, oh. Dann geh ich in die zweite Welt. Was ist das für eine Welt? Ja, das wirst du jetzt sehen. Sorry, Leute. Den Bosskampf, den wiederhole ich ein anderes Mal. Aber das will ich mir jetzt nicht antun. Mach doch alle Bosse im letzten Part. Am Ende. Genau, ja. So, wir sind jetzt The Hospital. Ein krank... Ja, kranker. Ja, kranker. Eine sehr schwere Welt. Da habt ihr gerade Dr. Fötus hier sehen. Wie nennst du ihn? Fetisch? Fetisch, ja, ja. Okay. Das muss ja auch mal sein. So, ab in die erste Welt. Ich habe gerade mal ein paar Welten geschafft, weil dann bin ich nicht weitergekommen. Hier, das darf man nicht berühren hier. Diese lilaen Spritzen, weil sonst stirbt man. Und deswegen runne ich das hier mal durch. Kann man sich eigentlich denken? Oh, Alter. Das ist bestimmt Spritzen von Blutspenden, keine Ahnung. Zack. Ah! Ich rage rum, obwohl ich gar nicht spiele. Wow. Okay, das muss ich jetzt gillig anstellen. Ach, halt. Jetzt habe ich die eine Tasse nicht gedrückt. Ach. Ach, anstatt, dass ich... Oh, ich bin so dumm. Das sehe ich jetzt erst. Das habt ihr bestimmt jetzt schon dreimal gesehen. Okay. Aber ich nicht. Man hört ja quasi, wir haben uns ziemlich gut auf, äh, diesen Part vorbereitet, ne? Ja, normal. Voll am Reden. Eigentlich nicht. Dreckig. Das wird ein Freestyle. So. Und jetzt. Der Jump des Jahres. Ist halt dein Jump'n'Run-Skill. Bin ich gerade dabei. Okay. Ach, scheiß Spritzen. Ja. Was? Das ist kacke. So. Ganz locker. Flockig. So. So, so, so. Ganz ruhig, ganz ruhig. Zieh, Digga. Zieh, zieh, zieh. Los. Go. Jawohl. Hätte ich mal nix gesagt. Ja, dass die Spritzen noch an den unmöglichsten Stellen landen, ne? Oh. Sieh, Digga. 74. 74, ne. Ja, was denkst du, wird unser Kanal lange bleiben? Stell mir nochmal so eine Frage und setz was. Warum? Natürlich. Natürlich. Wir werden bald so wie... Und selbst wenn wir vielleicht, keine Ahnung, 10 Abonnenten haben, wir werden trotzdem durchziehen. Ich bin jetzt mindestens schon 30 Mal gestorben. Ich zähle nicht mit, ich will es auch gar nicht. Ja, natürlich, Rotlach. Komm. Ich muss wieder versuchen. So, Video ist fertig. Ja, du kannst ja erzählen, was du so in der nächsten Zeit machen wirst. Pokémon Rubin. Und dann Anfang nächsten Jahres. Together. Yeah. Ja, ja. Na. Keine Ahnung, vielleicht schreibe ich auch noch davor ein zweites, irgendwas Nintendo, LP. Weil ganze Zeit Pokémon ist noch falsch, vielleicht so einzelnig. Ja, ich leute, ich muss sich enttäuschen. Dieses Löffel schaffe ich einfach nicht. Ich gehe mal wieder in die erste Welt. Und spiele ein bisschen... Ja, ist gut. Äh, spiele ein bisschen Hölle, 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 Hölle. Was ist Hölle? Das hier ist Hölle. Achso. Zocke ich mal ein bisschen. Es ist Hölle übel schwer. Ja, es geht. Ich versuche das mal mit... Und... Unser lieben Herr. Was ist das denn? Nein, Nienkett, eben keine Ahnung. Nein, ich habe den Namen von ihm vergessen. Warte mal. Die Regenbögen, die er da rauskackt, sind aus. Kommander-Video heißt ja. Hä? Kommander-Video heißt ja. Cool. Ganz locker. Ich gucke jetzt schon mal so in die Ordnung. Was habe ich in so ein Spiel, was ich machen könnte? Aha. Letzte Thema in einem Let's Play. Was? Was er für Spiele hat. Über andere Let's Plays reden eigentlich. Ja, genau. Was war ich hier? Das ist jetzt einfach nur so ein Let's Lustig. Let's Lustig? Ja, wo? Diese Kategorie kenne ich noch nicht. Nee. Nee. Stell mir mal ein paar Sexfragen. Kennst du das nicht? Doch, von Danny Börnach. Genau das machen wir im nächsten Part. Okay. Bis dahin suchen wir welche aus und fragt die Richter. Guckst du mir auch zu? Ja, tue ich. Das Karten ein Level mit blauem Hintergrund. Keine. Oh. Das Spiel ist schon episch. Das Spiel ist schon episch. Ja, das wäre vielleicht noch etwas besser, wenn man vorankommt. Ah. Das war kein Test. Das war nur allgemein. Das war die Wahrheit. Oh, ja. Ah, ja. Das ist ja eine Redezeit. Ja. Das ist eine Scheiß-Ratterie. Okay. 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 Sie durch das nicht tun. die Göttinger die Göttinger Okl S.L. was habe ich nie jemanden natürlich oder ich habe wohl wahrscheinlich schon Spielten oh Leute das wird nichts das wird nichts und wie viel Zeit hat ein Timer wir haben auch 631 echt was sind fast man Maxi umgesetzt keine Ahnung nichts 15 also 16 ach mein Gott fickt euch ich überleg mir jetzt schon mal ein paar Fragen sprich im nächsten Part wird wohl etwas lustig er muss mir dann die Fragen stellen und bald andersrum machen wir das dann auch irgendwann während er irgendwas sagt und ja ich komme an die hey komm ist doch nicht is serious wie schätzt mich ein werden die Fragen schon etwas komisch oder ja ich weiß nicht ich habe keine Ahnung was mich erwarten wird ich bin auf jeden Fall sehr gespannt eine habe ich schon mal gucken verdammt und dann war ich schon ganz oben zack 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 und da habe ich es geschafft mal nach 300.000 versuchen habe ich Nummer 6 fertig nächstes Level ich bin gespannt what the fuck und da sagt mir jemand das Spiel ist nicht schwer boah ich habe drei Fragen ich bin so gut okay dieses Level ist ein unmögliches Level ich weiß gar nicht wie man hier durchkommen soll wenn ich mal so ehrlich sein soll alter das sind meine Jump'n'Run-Künste okay wie soll ich da jetzt durchkommen ich weiß es nicht das hat schon mal nicht geklappt das klappt auch nicht das klappt auch nicht das klappt auch nicht oder wie würdest du es eigentlich finden wenn wir jetzt das wirklich dauerhaft machen sprich erster Part immer alleine oder vielleicht abwechselnd oder wirklich dauerhaft nur zu zweit sind zu den Marken bevor zu abwechselnd wäre schon viel cool dass du so manchmal bei mir bist und ich so manchmal bei dir ja ja da machen wir abwechselnd ist ja jetzt auch Wochenende da kommt einiges ich versuche mal das gleiche schaffe ich nicht das ist unmöglich ja die Super Meat Boy World können wir auch mal kurz reinschauen da wird der Dr. Foetus aka Fötus Fetisch oder sonst was grad zusammengebaut und da ist er tada und alle lachen hinaus echt ja forever forever alone ey das ist ja geil gut forever alone das kenn ich selbst noch nicht was das hier guck ich mir das mal an okay cool das kann das ist immer so immer so eine Zwischendurchsache das ist cool okay oh je what the fuck äh alter wen spielst du denn da? doch alter ja bestimmt ist das möglich ja klar wenn ich renne ja noch schneller okay erstes habe ich geschafft jetzt muss ich meinen Run-Skill beweisen na ich schreib Fragen einfach in ein Textdokument alter dann kann ich das gleich viel lustiger öffnen stimmt du kannst mir auch was fragen dann ja das kann ich machen ach warte mal boah das okay das sind das sind unmögliche Levels hier die sie von einem erwarten was gibt es denn noch so Super Metal Land 2 ich bin mir nicht sicher aber ich verstehe nicht das ist schon coole Sache mal so so jetzt machen wir ein eine Map ach eine Karte versuchen wir jetzt noch ein Level ja ich glaub das ist sogar online also so online Maps oder so keine Ahnung aber das dauert schon lange okay ich bin gespannt wie das jetzt ist ach ich mach das ähm ich mach das jetzt da fug da fug da fug ich mach das offscreen ich guck dir zu weil ich kann ja nicht einfach irgendwas komplett anderes machen während du hier deinen partnerst okay das wäre ja auch irgendwie unfair alter was ist das denn für ein Level das ist ja Vergewaltigung ja alter und du musst ganz oben hin ja ja zum Bandage Girl okay ich werde diese diese diesen Part werde ich nicht viel reißen wie man schon sieht Alter 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 okay okay seh ich auch so versuch doch mal mit links hab ich grad schon das geht noch schlechter echt okay gerade eben war ich ne F was hab ich denn gerade eben falsch gemacht alter ja hat mich nicht gesprungen feld feld schau irgendwie ah so nein das war jetzt zu früh so na schon wieder zu früh aber jetzt hab ich's raus so so ja so jetzt jetzt freu ich mich nur wie soll ich da hochkommen pfff 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 so ich muss beide Schlüssel kriegen was das denn wenn die Schlüssel da rechts und links so da ah ich hab' auch erst gecheckt das muss ich mal hinkriegen das muss ich mal hinkriegen ja lol die sollten dann links rüberkommen wenn du schon rechts geholt hast ah lol nehm' ich so nehm' ich so oder auch nicht so ach keine Ahnung egal ich würd' sagen das war's für diesen Part ja ja ok und ja dann sag' ich mal von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal Hau Drei ja ja du Vielen Dank.